Dann würde ich gerne über die heutigen Geschehnisse reden, in Redcliffe. Ja, ich weiß. Ich habe jetzt eine Weile darüber nachgedacht. Ich wollte euch nur danken. Ihr habt alles getan, um die Familie des Aals zu retten. Und das mit Erfolg, obgleich ihr es euch leichter hättet machen können. Es gab so viel Tod und Zerstörung, dass... dass es mich froh stimmt, dass wir wenigstens etwas retten konnten, wie unbedeutend es auch sein mag. Das war ich dem Aal schuldig. Ihr habt recht. Hoffentlich ist da noch genug von Ferelden übrig, das sich zu retten lohnt. Gut. Nachdem wir den sentimentalen Teil hinter uns haben, können wir nun zur rituellen Verstümmelung zurückkehren. Oh, Moment. Heute ist gar nicht Dienstag, oder? Was benötigt ihr? Nur zu? Nur. 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 Die Dinge, die ihr uns gebracht habt, Die Dinge, die ihr uns gebracht habt, Die Dinge, die ihr uns gebracht habt, Wäre es aber kein Kannibalismus. Die Dinge, die ihr uns gebracht habt, Die Dinge, die ihr uns gebracht habt, Die Dinge, die ihr uns gebracht habt, Ja... 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 Bei Buran. Bitte lasst es mich wissen, wenn ich irgendetwas für euch tun kann. Ich bin mir sicher, ihr findet Gefallen an den Segen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Und an eurem Rabatt natürlich. Was ist das denn? Oh, ich will zu haben. Wiedersehen, 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 wiedersehen. Der bleibt da. Wiedersehen, wiedersehen. 3, 1,5 auf Wiedersehen. 3, 1,5. Das werden wir erstmal lassen. Große Hülze, eine Rundschild. Das ist ja, glaube ich, meiner Erschöpfung ist ein bisschen mehr. Der kann aber weg. Niemensschild, der bleibt einfach mal da. So, dann können wir auch schon die nächste. Das weg. Da kochen ich nochmal einmal. 5, 2, 1,5. Nee, auf Wiedersehen. Binderrüstungsschuhe. Nein, auf Wiedersehen. Schwere Rüstung. Er hat natürlich 11, aber nicht so gute Sachen. Probe eines Archon. Da müssten wir einmal bei Wind gucken. Ja, das lassen wir erstmal. Das ist egal. Das können wir aber auch. Nein. Auch weg. Einfach nur, dass wir ein bisschen mehr Platz einfach haben. Die Splitter. Was macht er denn? Nee, das mach ich nicht. Auf Wiedersehen. Er hat das Wächters. Kann ich auch nur eins ziehen. Was macht das? Naja. Auf Wiedersehen. Wollt auch nicht. Ach Gott. So. Oh, da waren so viele. Krasse. Was ist das denn? Wiedersehen. Weg. Wenn das alles schwach ist, dieser Blödsinn. Mal Barrikis brauche ich nicht. Nächste. Brauche ich auch noch nie. Brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Das stimmt. So. Weg. 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 Und schon haben wir 21, oder was? Ich kann die Zahlen noch nicht mal mehr lesen. Goldene Stereza. Okay. So. Und da wir jetzt gerade mal heute machen, machen wir einen langweiligen Part. Heute will ich nochmal ein bisschen reden mit allen. Morrie hätte ich das jetzt auch schenken können. Aber wollte ich nicht. Ist mir jetzt vielleicht jetzt noch irgendwie was erzählt. Was wollt ihr von mir? Wir lagern. Es kann also gerne auch gleich sein. Warum seid ihr noch hier? Ich bin hier, weil Flemeth mir befohlen hat, euch zu helfen. Warum? Soll ich gehen? Kein Problem, wenn euch das lieber ist. Nein. Ich will nicht, dass ihr geht. Dann ist unser Gespräch wohl beendet. Oh, minus 10? Was? Warum das denn? Zu. Kann ich euch irgendwie helfen? Nein. Zu. Minus 10. Zehn. Morrigan. Minus 10. Wie kann das denn sein? Minus 10. Ich bin total... What? Wie kann das denn sein? Ich bin ganz erschrocken. Tatsächlich. So, wir sehen uns dann gleich wieder bei der Quest. Das wird jetzt etwas dauern. Aber ich schalte euch dann gleich dazu für die restlichen.